Weiter trommeln für mehr Geld. Rheinland-Pfalz vor der Wahl. Unter dieser Überschrift stand der jährliche Unternehmertag heute in Mainz. Die Wirtschaftsvertreter wollten wenige Monate vor der Landtagswahl von den Vertretern der Politik Antworten haben. In Bezug auf den Wirtschaftsstandort, die Energiewende, die Infrastruktur, die Fachkräfte und, und, und. Denn trotz guter Auftragslage machen sich viele Sorgen um die Zukunft.